Hast du mal Feuer? Theoretisch sollte ich beide damit... Die Frage ist nur, müssen wir jetzt Feuer dafür verschwenden? Aber was soll ich sonst machen? Ich kann halt reinchargen in die Gegner. Ist das Öl? Ja, das ist Öl. Dann würde ich... Ich kann reinchargen. Würdest du dadurch heiß? Also es klingt doof, aber... Ja, und wenn... Ja, dann explodierst du. Ja, dann explodier ich mit den Typen... Also nein, durch das Chargen wäre ich nicht heiß, aber ich stehe dann im Öl und die Typen haben Feuerstäbe. Dann wirf den Molotow. Ähm, hey, I had chili, ja, darfst du gerne machen. Darfst du gerne machen. Gut, ich hab... Tipps sind in dem Spiel... Also, solange es nichts Inhaltliches und, äh, nichts jetzt von wegen in der und der Kiste ist, das und das Item ist, ist alles okay. Ich sag mal so, ich hab die ganze Keramik auseinandergesetzt. Also, zur Erklärung, jemand hat gerade gefragt, ob, ähm, ob er einen Tipp geben kann, wie man an den Giftwolken besser vorbeikommt. Ja, das mit den Fässern. Vielleicht auch Wasserballons, das haben wir noch nicht probiert. So. Ich bin halt ein reiner Nahkämpfer. Das heißt, da die jetzt in Feuer stehen, hab ich ein Problem. Kannst du nicht so viel machen. Ich will halt ungern da reinlatschen. So, Ziel ist gerade... ...zu weit entfernt. Ähm... Das ist sehr schade. Wo weiß ich denn, wie weit ich... ...schießen kann? Äh, da steht eine Reichweite. ...reichweite, 15 Meter. Die sind entfernt. Wie weit? Hö? Das müsste doch aber eigentlich... Ah, ne, das sind schon 9 Meter. Das ist komisch. Du kannst... ...du kannst nicht in den Winkel schießen, weil ich im Weg stehe. Okay, warte. Ich muss gucken. Wie viel kostet das? 5 AP. Das heißt, ich darf nur... ...es wird nicht reichen. Ich glaube, es könnte sein, dass du jetzt kannst. 15,1 Meter. Und da stehe ich im Weg. Oh, Mann. Ja, da stehe ich halt im Weg. Komm schon. Nee, keine Chance. Oder? Oh, doch. Oh. Sehr schön. Das hat man nur nicht gesehen. Die sind scheintot und sind jetzt verbrannt. Sehr geil. Boah, ich dachte gerade echt, das wird nix. Warte mal. Ich heile dich mal. Komm mal näher. Yay, dankeschön. In diesem Spiel heben sich Elemente gegenseitig auf. Feuer sorgt dafür, dass Gift explodiert. Also doch, okay. Ja, wäre also doch Feuer gewesen. Ja gut, Hayat-Chel, dann hast du das nicht mitbekommen. Wir wollten halt den Feuerball nicht benutzen. Und dann ist das mit dem Todweil ein unglücklicher Zufall. Also das mit dem Feuerball wollten wir ausprobieren. Haben dann aber gedacht, nee, wir wollen die Feuerdings nicht verbrauchen. Verschwenden. Ja. Weil so eine Feuerball-Rune, wenn man halt keinen Feuerzauber hat und keine Feuerpfeile und was weiß ich was, dann ist so eine Feuerball-Rune, Rune sage ich schon, Spruchrolle, irgendwie doch was wert. Ja, definitiv. Ah genau, das sind diese Druckplatten, ne? Mhm. Das öffnet zwar diese Tür, aber erstmal würde ich mich hier noch umsehen. Da ist nichts? Da oben vielleicht? Nö. Ach, da kommt man nicht hin. Bisschen doof ist, dass jetzt niemand die Ansicht drehen kann, oder? Nö. Hm. Ist echt ein bisschen kacke. Vielleicht sollten wir doch im dauernden Splitscreen bleiben. Hammer. Was sammelst du? Feilschafte? Ich sammle Feilschafte. Leidenschaftlich. Feilschaftlich. Nö. Einzig wahres Salamibrot. Hallöchen. Tja, da fehlt uns jetzt ein Schlüssel. Och ne. Du es nicht. Keine Sorge. Hier, hier, hier. Geh mal da durch. Andere Seite. Ah, okay, warte. Dann, ja, verstehe. Genau, solche kleinen Koop-Rätsel gibt's halt auch. Finde ich auch ganz schön. Und wenn man allein spielt, äh, steuert man halt beide Charaktere. Genau. Der eine ist dann von der KI gesteuert und im Campen ist der sowieso hochmasiert. Oh oh. Ich geh schon mal nah ran. Ich geh mal ein Stück zurück. Ich bin dann mal weg. Nein, äh, Blutstein? Was meint ihr damit? Ich glaube, ihr habt nur in diesen schäden Tomben für Leisure. Ich glaube, ihr habt keine Lust für das Schäden des Todes. Ha! Was? Wer bist du denn? In life, I toil to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cycele is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Okay, dann beschreiben wir mal. Ich traf ein Trio aus seltsamen, kultistisch gekleideten Personen vor dem Eingang zum Grab. Kultistisch? Ja. Sie schienen einen wertvollen Stein in ihrem Leben zu haben. Der ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Boah. Zornfried. Zornfried. So, war ganz gut, dass ich weggegangen bin. So. Okay, sind drei. Ich glaube, ich ignoriere die an der Seite erstmal und hau auf Zornfried ein. Mit der vernichtenden Faust. Komm schon. Äh, Niederschlag fehlgeschlagen. Schade, es ist heute wohl gutes Wetter. Ähm. Die Musik ist übrigens teilweise sehr geil. So, ähm, nichtsdestotrotz. Ich werde... Hm. Wenn ich Glück habe... Ja, einer ist tot. Das ist so eine geniale Fähigkeit. Ich bin gerade sehr happy, dass ich die gewählt habe. Das ist sehr viel Damage. Demage. Meinst du wohl. Danke für Tee und... Tassen. Paar Woche. Ich habe gerade echt in meinem Hirn so gedacht, hä, Tassen? Wieso Tassen? Kann man doch nicht essen. Ha, ha, ha. Na, scheiße. Na, scheiße, wa? Scheiße. Scheiße. Meinst du, die Spindel lohnt sich noch? Weiß ich nicht. Sie kostet... Sie kostet... Also, es ist ja jetzt nicht schlimm, sie zu beschwören, in dem Sinne. Aber wahrscheinlich nicht. Du hast schon recht. Ach, die kann ja jetzt angreifen. Du guckst da so... Na, wat macht sie? Na, wat macht sie? Alter. Macht gut Schaden, die Gute. Leider kann sie nicht nochmal angreifen. Mh. So. Ach, die Spinne ist schon wieder dran. Der hat eine krasse Initiative. Was war das denn? Ho, ho, ho. Haha, cool, ich bin tot. Alter. Geil, Alter. Kann ich... Kann er einfach da hingehen und ihm stumpf auf die Fresse hauen? Ja. Ich finde, das ist die ehrlichste Form der Kommunikation. Schlüssel für altes Steintor. Grabstein können wir nicht mitnehmen. Master Ragequins. Killed by dying. Killed by dying. Giftpfeil. Ich gebe dir den mal. Ja gut, die Frage ist jetzt, dann kann ich mal gucken, ob ich den, wie schießen, du kannst den auch benutzen? Wie? Was meinst du? Ich wusste halt nicht, dass man die benutzen kann, auch wenn man kein Fernkämpfer ist, weil da stand gerade, du kannst die... Äh, ja, ich kann ja einfach einen Bogen anlegen und dann einen Pfeil verschießen. Ja gut, aber ich meine jetzt ohne Bogen. Nein, ohne Bogen geht nicht. Er fordert Fernkampfwaffe. Ja. Und wenn da nur steht Fernkampfwaffe, geht's wahrscheinlich auch mit einer Armbrust. Ich hab voll Angst, dass ich irgendwas Falsches drücke. Das kann hier schnell passieren. Ich geb dir für dein ganzes Inventar 30 Goldstücke. Hier, den Stab des Magiers zum Beispiel, den braucht man nicht. Ich werd mal diese Fliehenfähigkeit lehren, weil die benutzen wir nicht. Ja, nee, denk ich auch nicht. Und wenn, dann kann man die, glaube ich, auch noch anders... Teilzeit-Tipi, hallo? Dann sind wir durch, ne? Das war ja jetzt das Endbösschen. Stimmt, ganz vergessen. Und ich weiß nicht, wie gut das im Stream, äh, rüberkommen wird. Aber das hier ist ein echt wirklich, wirklich schönes Spiel. Ja, macht richtig, richtig Spaß. Und vor allen Dingen diese Dynamik durch den Koop macht das halt auch nochmal richtig interessant. Ich meinte jetzt auch grafisch tatsächlich. Achso, hm. So, wir sind jetzt natürlich... Wir haben jetzt ein bisschen von der Gegend hier geskippt, wobei so viel war das nicht. Hier ist der Eingang zu der Höhle gewesen. Genau, dann... Äh, nee, danke. Ja, nee. Ich denke... Hier war... Hier waren wir noch nicht. Tatsächlich. Ich will Muscheln sammeln. Oh, guck mal. Da sind hier... Die waren Typen. Oh, was ist das? Ah, da brauchte man, glaube ich, eine Schaufel, ne? Genau. Und hier ist... Hier ist nämlich eine Schaufel und die sollten wir auf keinen Fall verkaufen oder so. Oh Gott, ja. Das ist uns beim letzten Mal passiert. Und es ist ein Abfakt, an eine Schaufel ranzukommen. So, dann gibt es noch Wegpunktschreine. Die sind auch ganz praktisch, ähm... Da kann man dann halt so schnell reisen. Auf der Karte. Genau, wir haben bisher nur den einen. Deshalb können wir natürlich noch nicht reisen. Aber sobald wir ein zweites Portal gefunden haben, können wir zwischen denen schnell reisen. So, willst du dann mal buddeln? Ah, ich habe ganz vergessen, dass man buddeln kann. Ich will nur kurz... Sehne... Tierhaut... Okay. Ich buddel. Ich tarne mich als Busch. Das ist so lustig. Das ist die schleichende Animation. So, dann buddel doch mal. Gibt es denn hier eine Stelle zum buddeln? Ja, da, wo ich stehe. Ah. Seht, wie er buddelt. Alter, wie die Kiste... Wie die Kiste entgegengeflogen kommt. Alte Stoffkappe. Alter. Zieh die mal an. Sehe ich aus wie so eine alte Omi. So, ähm... Dann gehen wir mal zu den beiden Quatschköppen, oder? Und sie da. Da. Hold it right there, Orc Scum. No one slips past the Legion. I'm challenged. Okay. Calm down, Juniors. It's a look like one of them Orcs to me. Not a single Omi in sight, you know. Die sind offensichtlich betrunken. Man kann mit denen handeln. Man kann mit jedem NPC in dem Spiel handeln. Stimmt. Das war ja sowas Verrücktes. Tauschen, reparieren. Wie, die können reparieren. Cool. Nur mit ihm hier kann ich irgendwie grad nicht handeln. Ja, weil ich mit dem grad rede wahrscheinlich. Du redest mit beiden gleichzeitig, sozusagen. Okay, ähm... Also, das hat... Haben die das gesagt eben? Beruhigt euch. Diese Person sieht nicht aus wie jemand von den Orcs. Kein einziges Horn. Ach, komm. Okay. Wer seid ihr? Quenya, beruflich hier. Ich würde euch gerne noch ein paar Fragen stellen. Mit den Fragen stellen ist in, äh... Ich weiß nicht, ich spiele halt gerade Planescape Torment und da ist das immer, immer, kannst du Fragen stellen. Und das ist so witzig teilweise, wie sie das sogar auf die Schippe nehmen. So, wer seid ihr? Wir sind legionaires, natürlich. Oder die Schippe nehmen. Oder die Schippe nehmen. Oder die Schippe nehmen. Oder die Schippe nehmen. Aber wir stehen fest. Wir haben die Legion. Liberator der... Rivelon. Äh, okay. Okay. Nun. 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 Anscheinend hattet ihr schon einen kleinen Umtrunk, was? Nun. Ihr seid also Befreier, ja? Mhm, mhm, mhm. Die rauben Leute aus? Hab ich richtig verstanden gerade? Vielleicht sind das korrupte Legionäre. Hm. Mh. Fällenjäger, wobei Fragen stellen schadet ja nicht. Was hat das mit den Orks auf sich? Er lässt diesen Bibios einfach nie reden. Nö. Soysiel, yes. Where fishermen come to live and street dogs come to die. Now, which of the two would you be then? Ja, genau. Chief Tain, das ist genau das Spiel. Äh. Just cut the kackle where your baby is. Now then, stranger. If it's the city of Soysiel you're looking for, you're heading in the right direction. Even though most folks are trying to escape, rather than reach the damn place these days. Okay. Okay. Now that I could blame them. This place is cursed, I tell you. First the dead riots from their graves, and their entire tribes and orcs sound the trumpets of war. Or, you take to the rifle, Aless. Das Ratsmitglied Jake ist ja der Ermordete, den wir untersuchen sollen. So, it's Jake you're looking for. Ship sailed on that one, I'm afraid. Hello, Dad. Murdered. Ja, deshalb sind wir hier, du Idiot. Was könnt ihr mir über den Mord sagen? I can't tell you much more, except that honey was found face down in a puddle of blood, being used as a water fountain by his own pet mongrel. Okay, also man vermutet, dass es seine Frau war. Ja, wir sind auf jeden Fall Quellenjäger und das sind unsere Befehle. So, you're all saucers, are you? And now we're supposed to verify, that's true. We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a two-bedroom birdcage, that don't prove the thing. Ein Papagei auf der Suche nach einem Zwei-Zimmer-Käfig. Ein polymorpher Papagei auf der Suche nach einem Zwei-Zimmer. So macht das Sinn. Ähm, fairer Deal, schätze ich. So, ähm, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass wir da keinen Bock drauf hatten. Ja. Haben die umgehauen. Ich würde sagen, diesmal vielleicht das andere probieren? Äh, ja, das haben wir auch schon mal probiert. Ach so, wirklich? Ja, dann gehen die halt mit einem einfach. Hm. Na gut. Was sollen wir dann nehmen? Äh, nimm du, was du nehmen willst und ich nehme dann, was ich nehmen will. So laufen die Dialoge hier, ja. Ja, das stimmt. Ich könnte nämlich jetzt, also ich könnte sagen, ich bin einverstanden und dann wird es keinerlei Komplikationen geben. Ich könnte aber auch sagen, wie bitte? Ich lasse mich doch nicht von zwei Trunksüchtigen herumstoßen. Lasst die uns ganz schnell wieder ausnüchtern. Soll ich das mal machen? Ich weiß halt nicht. Dann spielen wir Schere, Stein, Papier. Dann spielen wir Schere, Stein, Papier. Wollen wir Schere, Stein, Papier spielen? Wollen wir nicht? Okay. Das heißt, wir, wir als Spieler sind uns gerade so unklar, ne? Hm. Okay, ich hab dich jetzt eingeschüchtert. Okay. Ich könnte dir jetzt schmeicheln, dich einschüchtern oder argumentieren. Diese beiden hätten uns fast mit Orcs verwechselt und grundlos angegriffen. Wir müssen die Stadt von derartigen Gefahren befreien. Mhm. Das, das ist argumentativ sehr, sehr schlüssig. Diese beiden haben uns fast verletzt für Orcs und würden uns für keinen Grund attacken haben. Wir müssen die Stadt von Menäten, wie ein Problem. Weil eigentlich baut das darauf aus, dass man nicht sieht, was der andere drückt. Naja, du siehst es ja auch nicht, wenn du mir nicht auf die Finger guckst. Okay. Oh shit. Okay. Ah. Hihihi. Ah. Jetzt hab ich zwei Punkte bekommen. Nein. So. Geil. Ich dich abziehe, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Hey, das kann nicht sein. Ich gucke wirklich nicht, was du nimmst. Ich weiß, dass du nicht guckst. Die Zuschauer würden das ja sehen. Ja. Äh. Ist das. Na guck, jetzt hast du auch mal einen Punkt. Wir haben jetzt beide übrigens in Überzeugung nur zwei Punkte. Deshalb kriegen wir zwei Punkte pro gewonnener Schnick-Schnack-Schnuck-Runde dazu. Wären wie... Wär ich zum Beispiel charismatischer, hätte ich bessere Chancen gegen sie. Wobei auch dann nicht. Matta hat gewonnen. Das heißt, wir machen, was Matta sagt. So laufen Beziehungen. Ähm. Ähm. Nein, nein. Wir tun, wie ich sage, und es gibt ein Ende. Geil. Ja, die kommen jetzt halt einfach mit, oder? Ja, genau. Können wir jetzt nicht auch... Was passiert denn, wenn wir in die Richtung gehen? Ja, ich weiß, was... Ja, ich weiß, was...